ein schild mit 18 blitzwiderstand nice one einmal die tierruhne gehört mir ich glaube den behalte ich ja und die rallruhne ebenso muss ich aber ganz kurz ein bisschen schrott verscherbeln so dort kann weg dort kann weg weg den grünen schild behalte ich mal mal gucken was hat denn die sense drauf 6 zu max schaden und 38 38 zu angriffswert ouch und die schweren handschuhe jetzt bin ich ja mal gespannt meine haben verteidigung 12 die haben verteidigung 6 10 max ausdauer wieder feuerwiderstand 18 bessere chance magen gegenstand zu erhalten repräsentanten sekunden braucht ihr jemand nö 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 ich brauche es nicht so also nö auch nix wo sind die fahrer die olle nuss da hinten was machten die da hinten hallo fahrrad fahren so mal schnell ein bisschen zurück einsammeln hier und zurückbringen so wieso wer zur höllerten lädierten diamanten verkauft was was die tuse verkauften lädierten diamanten für 450 könnte sein dass das vielleicht aus versehen gemacht habe ich kaufe ihn mir war da weil ich brauche ein war vielleicht ich aus versehen ich habe mich gar gewundert was das denn du vollhorst was das kommt vor nö so kann man sich nicht kann man sich nicht irgendwo hier ähm mal tränke kaufen ja bei dem typen da direkt unterfahrer so schräg unter ihr okay ähm erstmal muss ich hinter die ruhen wieder einsortieren alter wir haben vier tier ruhen what the fuck leute wir haben unseren ersten marklosen diamanten perfekte hardcore jetzt haben wir auch eine rallrune so viele ruhen so wenig zeit ich glaube wenn wir nach drei sind müssen wir auch erstmal kurz gucken ob wir irgendwelche guten ruhenwörter machen können also weil da ist ein typ der verkauft sauviel gesockeltes zeug hallo mhm moment mal wer bei wem kann ich jetzt entweder bei drogen nahen oder bei einem anderen heim ich hab hier so ein zylinder ja text mir nicht zu ich will nörbend oh nörbend oh so norddeutschland ah ja der verkauft welche sehr schön jungfern sperr plus eins zu wurspies und sperrfertigkeiten sechs gift schaden kann man verkaufen auch waffen aber schlechte waffen seine waffen sind schlecht und deine wache ist schlecht ich kaufe mich jetzt erstmal ein bisschen an heiltränken voll was wird deine hausapotheke die handschuhe nehme ich diese goldenen da die haben magic feind das ist toll was finden wir noch bessere sachen noch mehr so viele zauber da nimmt bei mir so viel platz weg wieso habe ich acht schlüssel acht schlüssel wieso trai ich ein amulett mit mir rum ich kann doch noch ein schlüssel geben dann hast du neun neun war ja klar dass man ihm damit aus der reserbe lockt also ich warte jetzt noch auf euch weil wenn ich als letzter wieder durchs portal gehe dannции ok jetzt es nee an war das wissen wir waren noch durch in dem dann können wir eigentlich durch einen wegpunkt gehen können wir das ist glaube ich schneller ich habe nur noch mal ausgutieren was noch umlegt schüri will be du die mögliche schüri zu bieten und entspricht flucht der mag ja und sagen ein optional machen wir noch und dann suchen wir nach dem richtigen weg ja mal gucken wir gehen hier lang mein Wo wollt ihr hin? Gegner kloppen. Okay, dann kloppe ich hier meine Gegner. Ich habe Facebook-Freunde. Bist du denn, du Clown? Komm her. Okay, dann komme ich halt zu euch. Oh. Ich bin nicht so alleine ohne euch. Meine Facebook-Freunde sind nicht gerade gesprächig. Oh. Na, warum denn auch? Die schreiben nur. Fast lustig, Alter. Aber nur fast. Und das Niveau singt weiter. Das finde ich gut. Hm, something like this. Ah, Level. Level. Ich bin ja immer so was wie bei WeHawk. Oh, Mann. Ihr blöden Missteile. Ich will doch nur mal jetzt wissen, was mein... eines Gebrüll bringt. Ich will wieder Leute mit Wissen anschreien. Mit Wissen. Der Affe macht vier Schaden. Ja, das auch. Jetzt warte mal. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Das habe ich da. Da habe ich das. Und dann... Ich fahre scheiße Autos. Ach ja, stimmt. 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 Das macht die Gegner schwächer. Das war das. Das Niveau... Ja, fetzt euch da mal schön. Ich ignoriere euch jetzt. Eisenhaut. Ich gebe noch einen auf Eisenhaut. Die Dinger pissen ja an, ey. Ich komme da hin nach. Wohl, hast du mal einen Heiltrank für mich? Oh, da liegt einer. Lass ihn liegen. Ja, bedien dich. Ja, der ist nicht für mich. Der ist für meinen Söldner. Ja, ich kümmere mich sogar um meine Söldner. Ich bin sozial. Ich nicht. Ist das nicht so, als ob die NPCs nicht ersetzbar wären. Oh, schäbiger Kreis. Yay. Kringel. Nehmen wir schäbiger Kreiskringel? Schäbiger Kreiskringel ist auf jeden Fall falsch. Also rein da. Ja, du das. Das wartet auf mir. Ich bin auch in den schäbigen Kreiskringel. Urne blündern. Urne. Urnen. Urnen. Urne? Dispenser hier. Scheiß auf Dispenser. Ich bin Urne. Sentry down. Urne down. Urne down. Na, leere Bestie, leere Bestie. Ah, leere Bestie. Ich sehe sie. Okay, war nur hässlich. Sonst nichts. Flämmt nur rum. Flämmt nur rum, sonst nichts. Komm, geh mal hier lang, weil ich es kann. Ja, tust du voll. Wey, folgt dem Kotelett. Hey, lass den Scheiß mit dem Kotelett. Diesmal stehe ich nicht im Weg, wo. Folgt dem Schnitzel. Oh, der Kempst. Ja, ich bin jetzt von dem Kotelett in dem Schnitzel. Äh, digitiert. Level up. So reden. Level up. Kotletmon digitiert zu T-Bone-Steak. Zombie-Kopf. Nom, nom, nom. Hey, du hässlichen. Hör auf damit. Du vernichter, du hässlichen. Scheiße. Oh, episches Vieh. So episch sieht das gar nicht aus. Ich weiß, deswegen verprügelt es auch gerade und es ist kaputt. Hm. Oh, Mann. Ich, ja, ich klopfe das Vieh kaputt und du raffst dir dann Amulett. Das ist typisch. Nee, ich glaube, ich habe es noch gar nicht einkassiert, oder? Hm. Ja, la, 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 la. Ich habe es auf jeden Fall nicht, was das hier ist. Es ist Müll. Zehn zu Angriffswert und zehn zu Leben. Okay, brauche ich eh nicht. Ich auch nicht. Guckuck. Hallo, ihr Monster. Kennt ihr mich? I don't think so. Wir wollen dich gar nicht. Einen Augen Triller. Oh no. Der Lerf, der Saphir. Ich wollte den. Durch. Immer durch. Geh immer durch. Meine Güte. Ja, nein, nein. Du bist scheiße. Ich klopfe dich. Du bist scheiße, ich klopfe dich. Du bist scheiße, ich klopfe dich. Du bist scheiße, ich klopfe dich, Saphir. Und wann hat das endlich kapiert? Ja. Er hat sche... Yay, einmal im Kreis gelaufen. Weiter im Kreis laufen. Erfolg! Andere Richtung im Kreis laufen, damit es abwechslungsreich wird. Wup, wup. Achievement erhalten. Drehwurm. Würde ich Team Fortress sogar zutrauen. Die ganze Zeit nur im Kreis drehst. Ja, dann kriegst du ein Achievement dafür. Yes, you spin right round. You spin... Oh Gott, nee. Shooing, shooing. Habe ich euch einen Tipp geben? Falls ich jemals einen Führerschein haben sollte, fahrt nicht mit mir mit. Das war sowieso mein Vorhaben, dude. Wieso nicht? Ich würde gerne mit dir mitfahren. Wenn ihr Make jemals hinter einem Lenkrad ziehen solltet, rennt weg. Und kreischt dabei ganz laut. Bam, das fand geil aus, was ich gemacht hab. Mein Kamm ist auch nicht gebunden. Ich will mit Make mitfahren. Hilfe! Miki, hat dir keiner erzählt, dass man nicht zu armen Pädobäumen ins Auto steigt? Alter, haben die heftigen Giftschaden. Nein, ehrlich gesagt, das hat mir noch nie jemand erzählt. Dann hast du jetzt die Giftschaden. Jetzt muss ich jetzt, man steigt nicht einfach zu Pädobäumen ins Auto. Hallo. Du hast mir gar nichts zu sagen. Du wirst ja mal beim Mucco ins Auto steigen. Ja, und noch so viel mehr. Sind da auch witzig gesagt frei. Hier ist auf jeden Fall die Truhe. Darf ich, darf ich, darf ich? Ja, aber erstmal, dass die Leute sehr... Oh, Entschuldigung. Rauchkugel, Freitags. Okay, die ist relativ schwach. Ja, die war nicht so dolle. Da müssen wir aber noch einen machen. Ja, da müssen wir noch einen machen, weil der hier so schämig war. Ja. Eindeutig, bin ich für. Alter, ich bin ja fast... Oh, shit! Was? Ich bin ja fast tot. Ja, Gegengeflex, hier liegt jetzt auf dem Boden. Ja, Bräune, ich gehe einmal zur Truse hin. Die macht das schon. Ja, die macht... Oh, sie wird schon richtig. Okay, danke, Mädel. So, was hast du denn hier? Das ist Müll. Der Dolch ist... Bäh. Genau, der ist Bäh. Apropos, wo wir gerade beim Müll sind. Ich muss einmal... Du musst einmal Hohl aus der Konfie schmeißen. Nein. Nee, äh... Schade. Glücksspiel! Oh, such die. Süßer Müll. Okay, Müll, äh, Müll. Noch mehr Müll. Äh, Müll. Müll, 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 Müll. Hat noch jemand irgendwelche Glitzersteinchen für mich? Ich stehe auf Glitzersteinchen. Ich glaube, ich habe keinen Glitzersteinchen. Ich habe einen. Ja, schmeiß hin. Oder? Schmeiß. Nee, ich habe kein Glitzersteinchen. Friss das. Ich hätte hier noch einen Ring mit Blitz 2 zu leben. Nein, danke. Nein. Meine Karre ist im Ziel explodiert. Unlobe. Okay, ich brauche ganz ehrlich... Es ist danach, dass meine Karre explodiert. Ganz ehrlich, ich brauche dringend mal einen neuen Gürtel. Bist du zu dick geworden, oder was? Ich kaufe mir jetzt hier mal einen. Mal gucken. Aber bringst du mich auf jeden Fall? Die Zeuglaut haben wir an. Chance beim Treffer. 10% Chance bei einem Treffer Level 3 Nova zu zaubern. Nova ist so eine Blitzfähigkeit, aber 10% geht sogar als Chance. Also jeder 10. Treffer. Ja, und so wie du draufknüllst... Und 20% verbesserte Verteidigung. Okay, der? Den mag ich. Die Schuhe nehme ich mal. Giftstärke reduziert um 25%. Alter, 3 zu Skelett-Magier beschwören. Den Stab hole ich mir, glaube ich. Okay, da kann ich einfach nicht sein, sagen. Ein Kristallschwert, meins. 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 Ist aber schlecht. Was erwartest du? Du hast schon saugute. Moment mal, ich hab... Hä? Achso, ich wollte gerade sagen, wo ist mein Kristallschwert denn? Glückspiel. Ein Hand hat das... 3 bis 25. Okay, bis langsam meine beiden Schwerter aber noch ungetoppt. Hm, ich glaube, ich hol mir mal so einen neuen Stab. Der macht... Ernsthaft, der macht 3 zu Skelett-Magier bei dem. Das ist Hardcore. Und so teuer ist er gar nicht. Kostet ja nur 50.000. Einfach gesockelter Speer, weil es sehr teuer ist. So, wo soll man das mal brauchen kann irgendwann. So, weg damit. Mein Helm... Mann, das nervt mich gerade. Meiner hat sozusagen so ein meiner... Einer meiner Fähigkeiten so einen schönen Bonus. Meine Handschuhe sind auch ziemlich Tonne. Nur meine Rüssi ist toll. Und meine Schuhe. Geht mir ähnlich. Meine Schuhe sind immer noch die, die wir hier von... Arrakune hätte ich beinahe gesagt. Von der anderen Thuse da bekommen haben. Von der Arachnidenfrau. Ja, ich verarachnidenfrauen. Äh, Moment mal. Ich hab hier... Shadow? Hey? Willst du eine große Axt 9 bis 30 Schaden? 9 bis 30? Verhindert Monsterheilung. Äh, meine hat jetzt... Du musst aber noch... Du musst ein bisschen stärker werden. Das braucht ein bisschen viel Stärke. Gib mal her, der Teil. Der Boshaftigkeit. What the fuck? Wow! Das ist mal ein Brecher! Kann ich aber nicht in einer Hand... Du kannst eine Türklopfen tust, hört man's. Ja, zwei Handschaden. Kann ich aber auch nur in zwei Händen halten. Egal, aufheben. Normale Angriffs... Oh, aber normale Angriffsgeschwindigkeit. Nice one. Sogar ganz in Ordnung, ne? Warte mal, ich... Bunker die mal kurz bei mir ein. Weil das muss ich ja unbedingt mit mir rumschleppen. Nö. Oh. Achso, doch, passt doch hier. Quetschen doch neben die Rune. So. Aber schnell die in die Rune gequetscht. So einen optional machen wir noch, weil der letzte Fail war. Und weil wir's nicht lassen können, garantiert danach noch einen. Weil der auch Fail wird. Obwohl, nein, optimistisch denkt. Optimistisch denkt. Der, den, den wir jetzt machen. So, aber ihr lauft schon wieder in eine komplett andere Richtung. Wie toll. Ja, ich weiß. Yay! Weee! 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 Uh, Schottenschwärz. Und Diamant. Und ne große Kohle. Und mitnehmen, bitte. Und mitnehmen, bitte. Und mitnehmen.